Ah! Warte mal, wir sind immer noch auf Highout, ne? Ja. So, jetzt aber. Viel Spaß, good luck, have fun, enjoy! Danke, danke. Wenn ihr Tipps braucht, gell, einfach... Wir rufen euch an, ja, den Deko-Joker. So, muss nochmal... Sag ich schon ein bisschen Schiss, dass du so schnell gewonnen hast. Ja... Bist du geübt, oder was? Ich hab hier halt gerusht. Vorhin gespielt, oder was? Ich kann halt... Also, ich weiß nicht. Slaven. Da braucht man keine Häuser, oder sowas, ne? Pst! Keine Ahnung. Wie bist denn du? Hast du grad auf meinen Screen geguckt, oder was? Nein, ich hab auf der Minimap geguckt. Wollte ich auch behaupten. Jetzt baut das doch, was ist denn denn hier? Ja, ich hab mir gar keine Paare aus. Ach, scheiße. Upsi. Du bist ja voll nach beinanderer. 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 Siehst du? Ja, jetzt machen wir. Ah fuck, ich meinte jetzt hier einen Spot dazu gebaut. Ja, ich mache den Schein. Ja, die Schmuck, die sind bereit. Ich habe die Hütung. Wenn ich das hier schreibe, dann schreibe ich Kleine. Wir sind das hier. Ich habe die hier. Ich habe die Hütung und das Koffer. Das ist das hier. Ich habe die Hütung. Ich habe die Hütung, das ist das hier. Ich habe die Hütung. da kann ich ja gekriegt da kann der stadt ja 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 we musst , ja 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 liksom ja ja Und dann ja so schnell. Ja das ist der Kumpel. Demnisch ist der Kumpel. Der Kumpel ist der Kumpel. Wir sind der Kumpel. Annener? Wir sind der Kumpel. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach komm, schreien 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 Fuh! Prikazanie UNTERTITELUNG champion Skolte sie den Abkommen. Skolte sie den Abkommen. Skolte sie den Abkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020